Bei den Emmentalern haben wir hier in Hohli für gut 7'000 Stück Platz, 20'000 Grüne, Rahmkäse, den Bergkäse und die Extrawürzung. Im Ganzen haben wir hier in Hohli gut 120'000 Käse eingelagert. Ich bekam als Geburtstag so Schrittzähler. Die Hohli hat eine Länge von 10,5 Kilometern. Der Rekord, den ich hatte, waren über 25'000 Schritte. Der Käse wird in der Hohli ausgereift und veredelt. Das heisst, wir pflegen die Käse mit unserer Hohli, sodass die Geschmacksanassen in Käse kommen und den Käse so geschmacklich, aromatisch besser machen, den Käse in diesem Sinne zu veredeln. Ich bin Michael, einer der Hohlenmeister von Kalkbach, die Käse hegen, pflegen und veredeln. Das heisst, wir pflegen die Häuser von Kalkbach, hierzu empflegen die Käse in diesem Sinne von Kalkbach. Vielen Dank.